Okay, da kommt er auch schon, der Pinguinmann. Unten schöne, platte Watschelfüßchen. Spürt eure Zehen, vor allen Dingen die große Zehe. Seid gut verwurzelt da unten. Ganz schön platt. Der Pinguinmann geht zu seiner Hochzeit, hat seinen Frack an. Und hier unten die Frackschöße. Ganz beweglich, wie beim Schneemann im Sitzen, so beim Pinguinmann im Stehen. Dann hier die weiße Frackweste. Gut aufgerichtet ist der Pinguinmann. Und oben in seinem Schnabel alle Wörter, alle Konsonanten und Vokale. Alles hier oben drin. Und dann hier innen ganz weit geöffnet. Hier oben das I, E, A, O, U. Im Kopf ganz geöffnet. Hier vorne der Schnabel. Fangen wir mal an. Der Papi-Pi-Po-Pinguinmann hat seinen Fra-Fri-Fri-Fo-Frag an. Er tanzt auf seiner HIO-Hochzeit mit seiner Fra-Fri-Fri-Fo-Frau. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tausend Freunden. Man weiß es nicht genau.